Hallo und sobald zu einer weiteren Folge T-T-T zusammen mit den ganzen tollen Menschen hier Köln, Dennis, Rikum, Markus Anna, Skosko, Schiri Tiri, Eri und Mirim, Yoschkodak Servus Servus Ich bin, ich häng fest Mich auch Shit Danke Oh, hallo Kann ich nochmal so Sachen aufheben? Anna, wenn der Timer abläuft Kannst du einem die Klasse klauen Ich sag's dir doch schon mal Ich weiß Ich hab schon einmal mit ihr gespielt Ne Ich weiß aber nicht, warum, weil ich hab was anderes ausgerechnet Ja, hast du auch, aber ich stand direkt neben dir Als wir geholfen Wie soll ich denn sonst wissen, dass du Dennis, Dennis, Dennis Oh War das Spiel Ist es hier, geiler Anna, willst du jetzt nicht schön oder noch? Ja, ist mir auch egal Ja, dann ist gut Oh T-T Okay, das heißt T-T T-T Okay T-T 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 ich habe die füße bekommen und gejagt leider gerade entgegengekommen ich glaube sie funktioniert nicht die wird mir nur angezeigt ich muss euch nicht heilen warte ich muss mal kurz ich habe euch doch gehalten ich bin ich platziere mal den geschehen also ja ist okay baby bernd dass wir das ja hier ist wirklich ein otter erstaunlich abonniert alle für den otter so wenig dass ich sogar ihn durchgehen würde richtig gut spannend ich bin schön wie frigo sieht auch so wie ein unfall so ich bin bei der was auch nicht meine aufgabe zuerst zu schießen ein ist es auch nicht zwei oder ich gucke mir spektakle von euch an schiere möchte einer messer schiere ist böse aber es kann mal kurz her erste sekunde ich hör wieder was so haben wir denn jetzt mal fortschritte gemacht wir haben noch einen anderen fortschritte das ist mir auch gerade auch aber dafür hat frigo sehr viele leute umgebracht Ich hab einfach 40 Schaden gekriegt, nur weil ich vor Anna weggerannt bin. Ja, ich viele Leute gekillt. Weil ich immer wieder so, einmal den Fuß in Lava, dann mal so die Schulter in Lava. Immer hat mich irgendwas erwischt. Ja, dann hab ich dich einmal angeschockt. Eigentlich hab ich 90 AP verloren, nur wegen der Befolgungsjagd. Ja. Und am Ende waren beide eh noch nice. Normal. Ich hatte gehofft, dass die Tests die ganze Arbeit vor mich machen, aber nein. Jetzt lässt Schiri schon den Tee für sich arbeiten. Was hast du, Ego? Ja, natürlich. Ich hab nichts Defektives gegen dich. Aber zum Glück. Warte. Hallo. Traitor. Hallo. Ich hab gar nicht tippen. Hi. Traitor. Ja. Welcome to... Hi, Lobset. Das war aber jetzt echt frech mit der Lava, die hier ist. Einfach mal so mit... Mr. Lava. Ja. Mr. Lava. Oh. Ist das denn eine Banane? Was ist denn eine Banane? Eine Granate? Wo warst du gerade im Shop drin? Nee. Und hast du eine sehr schöne Banane gesehen? Nein. Also das klingt halt... Banane! Die Frucht... Bananen sind Früchte... Nee, es sind Obst. Nein, ich hab nur gerade die Granate gehört und wollte eigentlich sagen, dass es eine Banate ist. Hier ist jemand im Rad gestorben. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Bist du dran? Komm schon. Komm schon. Ja. Okay. Ich traue dir nicht. Er ist da. Okay. Astro Zitat. Machen wir Zitate raten, oder was? Ich vertraue dir nicht, ist von Astro. Hey Dennis, was soll das? Wieso schießt du auf mich? Das wäre so, ich vertraue dir. Das noch konfirmt. So, Nana. Ja, ich musste schnell reagieren. Ja, ich hab mich nicht getraut, die beiden reinzuschießen zu dem Zeitpunkt. Ich bin einfach... Ich hab gesehen, irgendjemand schießt auf... Anna, schießt die Welt, der ist. Ja, wir sind gerade tatsächlich komplett an der gleichen Stelle durchgelaufen. Ja, das hat gut funktioniert. Nee, nicht so ganz. Doch, doch, doch. Das war super. Hallo. Schießt auf Magnus. Ja, hier ist ein Roller-Mine und ich darf nicht wegsprinten und ich möchte auch irgendwie nicht zurück, weil ich... Eine Corona-Mine. Nicht die Roller-Mine. Eine Roller-Mine. Ach Gott, das tat weh. Ich bin schon wieder geschossen, Leute. Irgendjemand hat in den Kisten gekämmt. Und auch Max hat es geschossen. Ich möchte auch... Hat einen Freaker. Immer wieder der Klick. Wer ist denn hier so schnell? Ich würde dich ganz wiederbelegen, aber ich kann nicht. Moment. Ist das nicht eigentlich ein Traitorraum, wo ich gerade drin bin? Was? Wo bist du denn? Warte mal. Warum? Hilfe. Kann ich mal die Fenty wieder wegmachen? Ich komme hier nicht raus. Ich bin hier hinter der Wand. Moment. Hinter der Wand? Ja, ja, wenn du das da vorne im Glas... vor dem Ding her bist, ich... Ich sehe deine Crowbar. Ja, ich kann dir nicht helfen. Das ist die Hilfe. Ich weiß nicht, ob es Magma oder Feature. Anna, guck mal kurz zu. Ja, ich darf wieder raus. Hier ist so ein Portal. Und wenn ich da Frego durchstecke, kommt das? Ja, das darf ich eben schon. Wenn du Frego da durchsteckst, okay. Oh, oh, oh. Also, Erich steckt Frego irgendwo rein. Achso, ja, ich seh's. Ich möchte so... Harry, wieso musst du das Zwe deutlich ausdrücken? Das ist... Ich wollte auch eine Leiche haben. Ist das was Neues hier? Macht man das nicht so? Aber nein. No, 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 no. Wo seid ihr eigentlich? Erich, wo hast du jetzt gerade Frego reingesteckt? Auf das Zwein. Wo seid ihr eigentlich? Da war doch mal der Ausgang von dem Portal hier. Staubtrocknen. Nein, ich bin tot! Hilfe! Nein, ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot! Ich bin noch nicht tot! Ich hab immer lebt! Ich hab immer lebt! Wir locken die Corona-Mine zu Chibi. Was? Doppelte Devil? Ja, das ist, weil wir beide gleichzeitig durchgegangen mussten. Okay, ich wollte gerade sagen, das sah mir gerade aus wie zwei Devils. Wer schießt hier? Da ist jemand. Okay, ich hab die Corona-Mine eingesperrt. Chibi? Corona-Mine? Ah! Ah! Wer hat den Chibi getötet? Wir waren gerade neben dir. Wer war gerade neben dir? Wer war wo neben dir? Wollen wir die aufheben? Weiß ich nicht. Oh! Fünf Punkte?! Warum das denn?! Ich bin jetzt Detektor. Nein, dann bin ich richtig. Ist das Wasser an, was da so schräg ist? Was? Was ist das? Okay, das ist Müll. Ich bin zu groß. Bist du das Fläger? Kann ich dich aufheben? Oh, er ist halt voll. So. Was haben wir denn hier noch? Ich bin in der Tür fest im Fass. Oh. Hi! Was ist denn da? Ich hab mich geheilt. Ah. Was ist hier gerade wieder aufverstanden? Oh, sorry. Ach so? Sorry? Dann nehm ich halt Speedrun. Zoom! Ähm. Nein! Das war! Wird er hier geschaffen? Karen ist böse. Oh, sorry. Oh nein! Oh Gott! Karen hat versucht mit einer Harpune mich zu töten. Ich bin im Chat... In der Chat... Nein! Ich bin so dumm für die Harpune gerade. Warte mal, sind wir nur noch zu zweit? Das ist doch traurig. Ich glaube ja, oder? Äh, ich hab noch mal in den Chat geschrieben. Das ist doch schlecht. Ähm. Aber ich bin tatsächlich durch, danke. Äh, ich... Okay. 6D, also. Oh, oh, Corona! Was? 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 Das ist aber traurig. Okay. Ähm. Frosty Swipen. Ne, hab keine Ahnung. Oh. Ich hab keine Ahnung. Ne! Umreiten vielleicht. Ich hab kein Leben mehr. Das ist das Blöde. Warum sind die Speedrunken... Ohne Leiche. Äh. Okay. Danke, Carol! Ich glaub, allein hätt ich's nicht geschafft. Ohne Leiche! Ich glaub, das D steht für Dämon. Genau. Oh, oh, oh! Ich versteh den Shotguns nicht. Ja, das ist, äh... Super. Schießen, Schaden, tot. Ja, im Schießen, Schaden, nichts passiert. Oh. Mit der Shotgun im Gesicht... Und ich glaub, 20 Schaden waren's. Ja, das ist... Das sind die TTC-Headbox. Ja, das ist passiert. Ja. Schießen, Schaden, Sieg. Server-Tick, äh... Hättest du einen Moment länger gewartet mit Schießen, hätte ich dich zum Sidekick machen wollen wollen. Oh nein! Oh. Scharf. Hättest du sagen müssen... Dann hättest du sagen müssen... Hey, wir können zusammen gewinnen. Können zusammen gewinnen. Trust me. I'm an Engineer. I'm an Engineer. Ich hab's gesagt. Hallo. Ich werd jetzt sowas von den Schädeleinen schlagen. Ah. Dann willst du hin. Ich hör nur tschu 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 tschu. Tschu tschu tschu. Tschu tschu tschu. Tschu tschu tschu. Nein. Das war jetzt aber ein Thema, ich wollte auch rein. Hallo. Magneto-Stick. Äh, Rechts-Stick. Was ist das? Was ist das? Du stand übrigens mit der Kurve? Nein, erhoff ich sie. Mit der Kurve rechts-Stick. Was, ich habe... Markus? Ich befreie uns. Also Leute schubsen. Das ist neu, das ist aber ziemlich blöd. Ich bin raus. Okay, 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 okay. Ich hab den Disco. Okay, dann... Ich bin raus. Da ist ein Spirit oder so im Käse. Das ist gemeint! Die Meinung mich herum ist Lava und ich kann mich nicht bewegen. So, okay. Du stehst sicher. Irgendwie kommt da nichts bei dir, oder? Ne. Magneto-Stick und da nicht. Ja, okay. Das hat bei uns auch gerade rechts, glaube ich. Jetzt gibt doch auch jemand. Da ist bestimmt ein Traitor dabei. Gut, dass ich Origin bin. Und ich konnte deswegen da raus. Oh mein Gott, was tut ihr? Kann ich das so machen, dass einfach alle in die Röhre reinkommen und dann... Nein! Nein! Keine Leute mehr durch die Röhre schicken! Welche Röhre? Keiner mehr durch die Röhre. Jemand schießt! Oh oh! Bist du Traitor? Durch die Röhre. Ich bin in der Röhre. Ich bin in der Röhre. Nein! Nicht, nicht. Töten. Da war Bärenfalle. Ich bin in der Bärenfalle gelaufen gerade. Oh toll! Bärenfalle? Ich sterbe an der Bärenfalle. Eine Bärenfalle? Ja, ich lege bei dem Brunnen. Warum stellt ihr denn Bärenfalle auf? Ne, da möchte ich nicht rein. Wenn du in eine Bärenfalle trittst und gestürzt bekommst du, kommst du in den Otterhimmel. Nein! Soosig? Soosig! 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 Jetzt kommt mit einer raus! Bärenfalle! Nein! 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 Okay. Aua! Ich hab gehört, nacken ist das heute besonders soosig. Soosig! Was ist jetzt alle gestorben? Was ist mit euch los? Und dann hat Feindes bis zu BKL. Oh Gott, hallo Schiri! Oh! 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 Was ist mit euch? Oh! Da ist jemand Traitor mit dabei! Cool! Okay! Okay! Ja! Okay! Ich hab einen Job! Da sind zwei Bärenfalle, oder? Wo seid ihr eigentlich alle? Ich bin hinter dir! Hi! Hi! Machst du hier! Ah! Ich bin auf K, ich bin gar nicht da! Ja! Warum war das so leise? Carol? Ja! Bist du sass? Ich glaube, du bist sass! Vielleicht ist ein frikos Bärenfalle gelaufen. Das passiert leider sehr oft. Äh... Ich? Ich bin nicht sass! Oh! Das war deine Bärenfalle, Carol! Du hast mich getötet! Deswegen hab ich ja gesagt, es tut mir leid! Aber Frego, du hast mich mit deiner noch getötet! Oh! Achso, schön! Und ich hab Thiri in der Meute besest und einfach geschossen! Das war auch seine... Warum hat meine Diegel keinen Sound gemacht? Ich hab keine Ahnung! Thiri, könntest du dich wundern, warum du geschossen hast? Ich hab dich besessen mit beiden! Letzte Runde auf dem Map! Ich konnte dich kontrollieren! Frego war ganz tief in der drin, Thiri! Äh! Nee! Das ist ein Statement! Ist das ein Statement nach dem Thiri mit 20 einen Leuten gleich... Ja! Ich steck in Dennis! Ich steck in Dennis! Ich steck in Dennis! Ich renn weg! Was tut das? Ich geh wieder in die Tube rein! Ich geh wieder in die Tube rein! Warte, warte! Ich hab das Kumbulator gleich in 15 Sekunden! Richtig! Das ist einfach passiert! Oh! Danke! Das ist die Lava! Wer ist Marcel Lava? Röre! Let's go! Marcel Lava! Okay! Ja, ist so ein Komiker! Du bist ein Komiker! Nein! Es ist der... Nein! 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 Mann! Warum? Mann! Bist du das jetzt sagen? Ich steck gerne eine Eistack, ja? Ich bin los bei heutigen Karten! Ey, ich wurde fast getötet! Ich wurde fast getötet! Okay! Die Traitor haben was gegen mich! Nein! 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 Seid GTA so! Seid GTA so! Live dabei mit unserem Kamerateeam! Oh, das Rad wurde... Oh scheiße, ich hab gesagt wo ich bin! Äh... Äh... Tschüss! Oh! Danke, prima, warte! Kein Problem! Die wird explodieren! Nein! Ha 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 ha! Hier ist was gestorben! Go Anna, go! Tschüss! Go Anna, go! So! So! Hast du jetzt davon! Dann steck dir deinen Faceless sonst wo hin! Ha 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 ha! Ja, aber beim Faceless kann ich das auch verstehen! Ich stehe da neben der Tiermachtestall! Du weißt, dass wir dabei sterben können! Ist das mit dem Rad passiert? Ja, wenn wir uns erwischen, dann ja! 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 Hast du dir deinen Faceless sonst wo hin, Alter? Frigo? Ja oder nein? Ähm... In der Tat! In der Tat, ja? Okay! Ähm... In der Tat ist in der Tat eine Tat... Ja, los! Jetzt die Frage nur, was meinst du mit ja und was meinst du mit nein? Das ist die Frage natürlich, ne? Ja! Ähm... Ich hab'n Problem! Nein! Nein! Grobe! Nein! Und? Was hast du gemacht, Frigo? War böse! Aua! Da ist grad jemand vor mir gestorben! Da kam ein Schaf vom Himmel! Ja, da kam... Hi! Hi! Ah, ist gut! Da ist jemand drinnen, glaub ich! Da ist jemand drin, glaub ich! Näh, 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 näh! Näh, näh, näh! Näh, näh, näh! Man sieht übrigens dein Bein aus der Kiste raus! Oh scheiße! Der hat kein Explosionsschaden! War flicker und Wolf mich töten! Was ist du das? Ich hab' keine Explosionsscheine! Ach so, ich dachte, dass... Also, da ist ein... Ich muss mal mich porten, warte. Okay. Wer ist denn da so im... Im Porten? Warte, warte. Einer ist im Theaterraum hinter dir, Jasch. Oh, bist du... Okay. Warte mal ganz kurz. Ich gehe weg. Ich gehe einfach weg. Ja, Jasch, bist doch auch böse. Ich? Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich gerade was Böses getan. Vielleicht auch nicht. Ich sage du, Frego und Dennis. So würde ich es nicht sagen. Ich auch nicht. Also, das würde ich so nicht sagen. Einer von ihr, ich würde noch Sidekick bestimmt sein. Nein, ich bin kein Sidekick. Ich bin auch kein Traitor. Nicht eine Leiche. Puh. Ich habe einen Tee gefunden. Okay. Flüssig oder... Zitrone. Jetzt ist es aber... Sehr merkwürdig. Was? Oh mein Gott. Sack jetzt ein bisschen für dich, Jasch. Wer hat denn diese große Kugel geworfen? Wieso sackt es für mich? Ich habe nichts getan. Ich bin nicht Tee. Ich bin nicht Tee. Große Kugel habe ich geworfen in den Superdiskambulator. Du sagst, ich bin nicht Tee. Ne, ich meinte Sack für dich, weil ich war Shinigarmin, du warst mein Bodyguard. Und Anna, was warst du? Nein. Ich war Frigos Bodyguard. Ne, Entschuldigung, ich habe ihn getötet. Ich war Frigos auch getötet. Achso. Achso, deswegen habe ich gerade noch Damage gekriegt. Da hat kein einzigen Menschen umgebracht. Egal, wir haben noch was geworfen. Oh, weide Kati, der war jetzt... Ich bedanke mich damit fürs Zuschauen in dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Juhu. Tschüss. Abonnieren. Mann, die Folge davor, die ist einfach nicht drauf bei mir. Die ist nur ein schwarzes Bild, weil der die Szene beswitscht hat. Oh Mann, oh.